welcome back hallo ihr lieben ganz herzlich willkommen auf meinem kanal ich habe heute für euch den zweiten teil meines beauty hauls und zwar habe ich heute für euch color pop und revolution ich fahre mit revolution an und zwar hatten die eine sehr sehr tolle aktion sie hatten gesagt wenn ich glaube mal 30 29 euro ausgegeben hat hat man eine revolution highlighter palette dazu bekommen ich sage euch ich habe die goldene version davon der shit sage ich euch die kostet für gewöhnlich 9,99 also jetzt kann ich hier noch mehr drauf auftragen und der wird immer krasser seht ihr das also das ist wirklich ich kann auch zum beispiel mal im inner corner mal ein bisschen was auftragen da seht ihr das auch mal ganz gut ich nehme jetzt einfach mal so eine brush und trage das nur hier mal im inner corner auf seht ihr wie krass der ist okay da ist das ein bisschen blau farbe soweit ist ein bisschen blöd das ist jetzt nehmen wir jetzt mal den genau gehe ich mal eine brush damit das blaue wieder verschwindet super schöne highlighter ihr habt jetzt wirklich das ist wirklich blendet blendet ja also es wirklich ein super super schöne highlighter jetzt ist da nur ein blaustich drin wegen meinem blöden pinsel aber auf jeden fall das ist ein so so schöner highlighter ich bin mega begeistert davon und muss sagen ich habe den super geliebt damals schon ich habe jetzt mir einfach die andere farbe weil ich es gratis bekommen habe dazu geholt und ich habe jetzt so viel highlighter drauf und ich habe jetzt auf jeden fall für euch noch vier lippenstifte und zwar gibt es eine neue reihe bei revolution pro und zwar ich werde euch wie gesagt auch darüber mal videos machen weil ich habe für mich einen sehr sehr schönen dupe die paletten sind mittlerweile sehr hochwertig geworden ich habe mich sehr gewundert als ich die in die hand genommen hat hat die sich super schön angefühlt und zwar ist das ein so krasser dupe zur huda beauty nude 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 wunderschöne palette da sind auch ein paar glitzer dabei und ich weiß gar nicht was das hier für ein komisches lidschatten ding ist super krass schöne lidschatten dabei und dann wird es auf jeden fall ein dupe video zu geben weil wie gesagt ich die huda beauty für 65 jetzt nicht habe ich glaube alida hat sie noch nicht mal benutzt glaube ich hat es mir erzählt und das ist wie gesagt eine sehr sehr schöne palette ich zeige es euch mal ganz nah sehr schöne palette und vor allem habt ihr da auch glitzer shades dabei was ja manche auch sehr gerne mögen und dann gab es lippenstifte dazu leute und ich habe ich zeige euch die farben sehr gerne weil ich fand die farben so geil und ich habe jetzt zum beispiel die packung von dem new nudes ist dieses hier ja und das sind die lippenstifte die erinnern mich sehr an l'oreal lippenstifte die kosten 5 99 ein stück und ich muss sagen die lippenstifte von revolution sind nicht alle gut aber viele davon sind sehr sehr schön und die haben jetzt eine neue formulierung ein satin ja und ich finde die farbe irre schön ja dann haben wir noch die farbe was war das ist für eine farbe das war jetzt die farbe first also wie durst auf englisch dann haben wir die farbe wämmt wämmt müsste so ja müsste was sehr dunkles sein super schön und was ich auf den swatches von dem make up revolution ding gesehen habe ist der lässt sich jetzt gerade ein bisschen schwerer hochdrehen dass sie halt super cremig sind und das ist so ein velvet finish das ist jetzt nicht mehr so ganz so matt ich glaube das matte ist mittlerweile auch gar nicht mehr so aktuell weil jetzt dadurch dass der sommer gekommen ist es ist der sommer da wollen halt alle richtig geile juicy lips haben und so und geile freshe farben dann habe ich mir hier noch eine farbe rausgesucht die heißt velvet und das ist halt ein so schönes rosé rosenholz was ich halt so gerne trage das ist für mich diese art von nude die ich zum beispiel sehr gerne trage aber immer mit einem dunkleren lipliner darunter weil ich das einfach schöner finden wenn die lippen definiert sind und dann habe ich hier noch die farbe stiletto die farben sind super schön und ich finde auch dass der das köpfchen richtig schön es ist halt die erinnern mich an die power powder power lippenstifte vom max und das glaube ich und der ist richtig geil wie gesagt make up revolution da also ich habe auch ganz viele paletten weggeschmissen mittlerweile gerade die ersten paletten muss ich sagen waren echter shit also ich fand die überhaupt nicht gut also shit nicht der shit sondern sind shit ich habe mir haben die gar nicht gefallen die sahen auch überhaupt nicht schön aus habe auch wie gesagt einige aussortieren müssen weil sie einfach nicht gut ausgesehen haben und habe mittlerweile aber neuere paletten gekauft die ich sehr sehr gut finde und jetzt zeige ich euch noch mal andere paletten und zwar habe ich hier eine wunderschöne das ist die make up revolution integrity wild animal palette das ist so eine reihe und leute die farben ich konnte nicht mehr als ich die gesehen habe also ich zeige euch mal swatches von dem rot dem grün metallic und ich sage jetzt mal dem lila ich war so hardcore geschockt wie schön die aussieht und seht ihr das diese pants da zum beispiel da oben das sieht aus wie so ein ganz toller highlight das steht oh wow das ist echt krass also ich finde auch die lassen sich mittlerweile super swatchen ja sehen mittlerweile auch heftig geil aus muss aber auch sagen ich finde auch das packaging sehr viel schwerer sehr schön sind aber ein bisschen teurer geworden kostet 12 euro aber ich finde die super schön also das ist ein farbschema wo ich sagen muss das wäre ich eine palette die ich super in urlaub mitnehmen könnte weil sie eigentlich alles besitzt was ich bräuchte und wie gesagt dann habe ich etwas entdeckt wofür ich mir jetzt dringend mal kurz die hände putzen müsste weil die swatches hauen euch um so für die nächsten paletten muss ich euch sagen der das erste was ich daran gedacht habe ich habe mir letztes jahr als ich 30 jahren anfang des jahres beziehungsweise letztes jahr im sale habe ich mir zu meinem 30 eine pat mcgath palette gegönnt und zwar ist das eine super 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 teure marke da kostet halt die palette 130 140 euro muss aber sagen es ist wirklich ein absolutes sammlerstück und ich würde jetzt wenn geile farbschämen rauskommen auch wieder so viel geld ausgeben weil die sind so cremig die pigmentiert diesen pigmentiert cremig und so schön in scheinen in eurem also am auge das sieht so krass aus und jetzt hat revolution pro zwei paletten raus das ist einmal die earth and stone und einmal die night and day und ich zeige euch mal das farbschema ich habe jetzt halt jetzt die farbnamen noch drin aber ich nehme jetzt wie gesagt die farbnamen mal raus ja und leute das ist so schön für viele die jetzt praktisch make up nicht so krass lieben wie vielleicht ich für die ist das zum beispiel jetzt gar nichts besonderes aber ich zeige euch mal was ich meine ich habe den schock bekommen als ich das im internet gesehen habe schatz die lines was ist das also ich habe jetzt mal mein arm hier wieder sauber das wäre die erste farbe die zweite und die dritte also leute das sind high end swatches das sind wirklich swatches wo ich sagen muss also das ist so ein braun grün gold das ist er es gibt da so so ein mag pigment ja und dieses blau finde ich auch so heftig und auch ihr könnt es auch so schön ausblenden ja dass es halt auch sehr smoked aussieht aber ich war so im schock als ich das gesehen habe ich habe das bei make up by missa gesehen das ist auch eine ich glaube eine englische youtuberin auf jeden fall eine ganz ganz hübsche und es gibt eine pat mcgath mothership palette die genau dieses aber dieses blau leute das ist so heftig so heftig dass ich gesagt habe ich habe echt gedacht ich sehe nicht richtig aber leute das ist das ist high end ich habe von dose of colors ein wunderschönes blau das ist ähnlich und zum beispiel ich kann euch mal zeigen das ist so eine art blau von von make up von essence ja das ist so ein ich glaube ein single lidschatten der fliegt hier auch schon eine weile rum der ist dem komischerweise sehr sehr ähnlich aber also das ist jetzt zum beispiel der essens und das ist diese revolution palette das sind aus der neuen kollektion das habe ich vergessen zu zeigen nur um so also dieses da ist halt noch mal so für ich sag auf männer sieht es sehr sehr ähnlich aus aber das ist wie gesagt die revolution und das ist wie gesagt essens zumal ich sagen muss leute wenn ihr für zwei euro oder so einen ähnlichen farbton haben wollt das sind die neuen essens einzel lidschatten und zwar in der farbe 06 monday unglaublich schönes blau und ich war so schucket als ich das gesehen habe dass ich dann gleich bestellt habe und das war auch eigentlich der grund wieso ich überhaupt beim revolution bestellt habe weil ich so begeistert von den neuen paletten war dass ich gesagt habe ich muss das testen und dann muss ich sagen ist deshalb meint das ist halt echt eine krasse palette also ich nehme euch auf jeden fall zeige ich euch mal dieses gold also das ist der swatch von dem gold dann gehe ich mal hier in so eine art ich würde es jetzt als dupe für die hattie shade zeigen wenn ihr das seht das ist ähnlich wie die von hati und dann wie gesagt gehe ich noch mal in dieses wunderschöne aus grün also das sind so baked eyeshadows wie die die man von bh cosmetics kennt aber ich finde die super smooth und so schön da gibt es auch tolle matte töne die ich auch schon getestet hatte sehr sehr geil also ich muss sagen die qualität ist der hammer wirklich und das aller allerbeste helfe ich mir meistens auch immer zum schluss auf ich habe bei color pop vor sechs wochen bestellt das hat jetzt allerdings sehr sehr lange gedauert ich komme auch ein bisschen hier ein bisschen näher ran bei color pop habe ich bestellt vor sechs wochen das hat meistens immer länger gedauert mittlerweile bekomme ich die sachen auch bis ans haus geliefert was ich sehr sehr interessant fand und ich habe mir bei color pop also color pop ist eine cruelty free marke ich kann dadurch kann ich habe halt gar keine probleme dort zu bestellen das ist bei jedem echt so unterschiedlich habe ich schon mitbekommen habe mir die color pop mascara gekauft also das volumizing mascara einfach in schwarz weil ich die unbedingt testen wollte sehr gute mascara erinnert mich sehr an diese flash paradise von l'oreal dadurch dass ich aber l'oreal eigentlich vermeide das war der erste launch von diesen single eyeshadows die ich wirklich heftig gut fand alle anderen muss ich sagen habe mich jetzt nicht so geflasht oder gekriegt irgendwie aber das hat mir sehr interessiert und jetzt zeige ich euch mal die vier paletten die ich bestellt habe um beziehungsweise die kleineren in details ich habe hier von der between the sheets habe ich einen blush gekauft sehr sehr schön richtig rosenholz richtig richtig schön und was auch so zu empfehlen ist bei color pop leute kauft euch die highlighter die super chic eyeshadows beziehungsweise die die highlighter sind so schön ich habe mir diesmal eins gekauft mit so einem glitzer finish tatsächlich denn ich liebe momentan wenn meine haut sehr glowy aussieht ich habe bis jetzt nicht so viel glück gehabt mit meinem schwangerschaftsglow davon habe ich jetzt noch nicht viel mitbekommen aber auf jeden fall super super schönes produkt und ich habe jetzt bei color pop ist jetzt keine probleme gehabt ihr müsst allerdings aufpassen ihr solltet nicht über 150 euro bzw 160 euro bestellen denn ab 150 dollar oder euro wenn ihr hier bestellt habt zahlt ihr nicht nur zoll sondern auch noch strafzoll von 20 prozent glaube ich und das ist es halt echt nicht wert dann macht es lieber so dass jetzt zwei bestellungen abgibt weil das gilt glaube ich pro bestellung und dann habe ich hier vier highlighter paletten 4 eyeshadow paletten ich muss sagen ich bin im besitz aller kleinen color pop eyeshadows weil ich finde dass die farbschämen sehr sehr schön es kommt jetzt auch wieder eine neue raus eine gelbe die honey und das ist jetzt die main squeeze das war glaube ich eine frühlings kollektion und zwar war die wassermelon angehaucht ich kann euch nur sagen diese eyeshadows sind so gut sage ich euch die lassen sich verblenden wie ein traum die glitzer eyeshadows sind auch so so schön und wirklich die haben so unique farben leute das sieht aus wie dieses nars orgasm aber es sieht so smooth auf dem auge aus ihr habt auch wirklich tolle kombinationen und es ist für jeden liebhaber von jedem farbschema eigentlich immer irgendwas dabei ihr habt ich habe eine grüne zum beispiel jetzt gab es die blöd die blumen palette die ich euch jetzt zeigen werde und die war die hat mein herz gestohlen als ich die gesehen habe und zwar die blumen palette ist diese hier ich mag sehr sehr gerne blau tragen und zwar trage ich blau gerne in diesen farbtönen in diesen mit violetten unterstich nicht er in dieses baby blau aber zum beispiel wenn ich richtig bock habe das kommt immer noch vor habe ich hier so ein baby blau dann gehe ich immer dunkler mache hier schön schwarz rein dann einen geilen eyeliner lashes drauf und ihr seht einfach pervers gut aus ich zum beispiel wir gehen jetzt auch in aladdin bevor meine schwangerschaft hoffentlich beendet ist möchten wir im oktober november möchte ich hochschwanger in jasmin und alle also pack ich in jasmin und aladdin pack ich in das musical aladdin gehen weil ich habe so ein bisschen die befürchtung dass ich halt nächstes jahr nicht so viel zeit haben werde in ein musical zu gehen weil das kind ist dann einfach sehr klein und dann könnt ihr halt nicht einfach ich sag jetzt mal so mitten am tag verschwinden in einem halben jahr wenn das kind mal ein halbes jahr ist dann werde ich sehr wohl wieder mit mark und meinen freunden was besuchen aber jetzt möchte ich mich einfach komplett auf meine mutterrolle konzentrieren muss auch sagen freue mich wahnsinnig also ich habe überhaupt kein problem damit das eben ein bisschen crazy wird aber das ist auf jeden fall meine aladdin palette die ich dafür nutzen werde dann habe ich mir nach langer langer zeit die it's my pleasure palette bestellt und zwar ich liebe ebenfalls ups ich liebe ebenfalls absolut jetzt ist mir der pen runter geflogen ach jetzt weiß ich was jetzt ist mir da ein pen runter geflogen wie ärgerlich das kann natürlich auch passieren weil die dinger sind magnetisch ihr könnt ihr auch rausholen auf jeden fall ist mir jetzt gerade die farbe earthshine kaputt gegangen die war schon vorher locker ich habe sie nur vergessen anzupressen das kann immer wieder mal passieren weil dadurch dass die eyeshadows halt sehr cremig gepresst sind leute kann das immer wieder passieren aber es sind sehr sehr schöne farben dabei und ich muss euch sagen mir gefällt die palette sehr sehr gut ich habe die jetzt in zwei mal benutzt vor allen dingen diese zwei töne finde ich sehr sehr schön und dann noch mein kalabasas lippenstift drauf der schitz sage ich euch und ich mag auch sehr sehr gerne weil color pop sehr sehr gerne mit mit us youtuber kollaboration macht und ich muss euch sagen ich mag make up by shayla jetzt nicht unbedingt für ihren youtube kanal aber ihre paletten sind wirklich immer sehr schön die hatte noch mal eine palette ah hier eine größere die perception was auch eines meiner go to paletten ist also zieht euch das mal rein ja wunderschöne palette und definitiv weiß ich dass eins der paletten mich nach teneriffa begleiten wird und leute das war es auch schon oh mein gott ich kann endlich das zeug um die schrauben ein kleines update zu mir mir geht es wirklich ganz gut also ich habe seit zwei wochen ein bisschen weniger probleme mit meiner übelkeit habe auch schon ein bäuchlein bekommen habe wie gesagt sie meistens umstandsklamotten an weil es mir einfach bequemer ist die gummihosen sind einfach nicht so eng und schnüren mich nicht so ein ich liebe make up das wird sich niemals verändern allerdings haben wir schon angefangen fürs kind einzukaufen wir haben schon ein super süßes bett bei ebay keine anzeigen gekauft weil ihr könnt ganz ganz super second hand einkaufen weil das hat nicht immer nur was mit dem geld zu tun weil das geld hat jeder um ein bett zu kaufen weil kinder sollten sie sollte man sich bewusst anschaffen sozusagen weil kinder können verdammt teuer werden ja also ich bin jetzt auch immer wieder muss ich mich bremsen lassen weil ich muss sagen mein mann und ich ergänzen uns da wirklich sehr sehr gut also weil wir haben jetzt zum beispiel kinderwagen schon wir haben im bett wir haben eine neue matratze wir haben kleidung schon jede menge also selber gekauft jetzt noch nicht geschenkt oder so ich habe schon spielzeug geschenkt bekommen ich habe spielzeug gekauft spielzeug haben wir gerade mal so gesagt auf zehn items das reicht erstmal neugeborene brauchen erstmal viel pflege viel liebe und viel milch und das ist erstmal und umso älter sie werden woche für woche dann interessieren sie sich immer für mehr wir haben einen wunderschönen spielebogen gekauft aber da werde ich euch nachdem ich mein 16 wochen appointment hatte möchte ich euch gerne in der zeit wo ich in teneriffa bin wird es vermehrt baby videos von mir geben ein kleines update wie es mir geht wie es dazu gekommen ist mein kinderwunsch ähm und auf jeden fall den baby heute zeige ich euch auf jeden fall auch weil das ist einfach ein so tolles das ist wirklich das allerschönste am mama werden nicht nur dieses kind wachsen zu sehen auf bildern was mich immer zu tränen rührt das ist wirklich unglaublich aber auch einfach diese unglaubliche dankbarkeit zu spüren dass man hat einfach ein kind bekommen darf es gibt sehr viele frauen da draußen die das so so sehr sich wünschen aber leider gottes von der natur leider echt gestraft sind ja und einfach kein kind bekommen können oder aus 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 partnerischen gründen dass praktisch der partner irgendwas nicht stimmen sperr mir nicht in ordnung oder die eizellen funktionieren nicht oder sind nicht so gut entwickelt ich sage euch ehrlich leute es gibt für mich vieles worauf ich sehr sehr stolz in meinem leben bin wirklich auch dass ich so fleißig war und so viel gearbeitet habe die letzten jahre ja und das ist halt jetzt für mich umso entspannter ist zum beispiel mein kind einkaufen zu gehen weil ihr habt einfach wenn ihr ein berufsbeschäftigungsverbot geht oder halt einfach zu hause bleibt ist es einfach auch toll wenn ihr mit vollem lohn einfach mal daheim bleiben könnt euch auf euch konzentrieren die zeit ist oft sehr anstrengend für mich weil ich halt oft sehr gelangweilt bin also ich ist mir manchmal sehr langweilig muss ich sagen ich habe mir immer gedacht dass ich dann halt erst recht videos drehen könnte aber aufgrund der übelkeit bin ich komplett ausgenockt gewesen und ich hoffe wie gesagt dass ihr das verspäht begleitet mich auf meiner reise drückt die daumen dass alles gut wird und wie gesagt ich nehme euch auf jeden fall auf meine unglaubliche reise mit folgt mir sehr gerne auf meiner auf meiner instagram seite unter journey what else youtube da könnt ihr immer wieder schöne updates finden da könnt ihr auch fast alle paar tage mal ein video von mir sehen oder ein nettes foto oder sowas ich bin einfach ein sehr zurückgezogener mensch also so ich bin halt sehr privat unterwegs wir werden unser kind trotzdem über alles leben wir wissen halt genau wir sind aber sehr minimalistische eltern ich muss sagen das hätte ich nie im leben gedacht beim make-up könnte ich ausrasten aber bei meinem kind muss ich sagen ich bin so überlegt was ich kaufe was ich nicht kaufe was ich mir zulege und was nicht habe auch super viele aktionen ich habe bei kick sogar 20 prozent aktion genutzt ich habe beim primarkt auch reduzierte klamotten gekauft also bodies die vielleicht nur weiß sind oder nur schwarz oder braun oder was weiß ich und habe wirklich jeden euro zweimal umgedreht weil ich einfach denke die kinder wachsen so so schnell ja ihr könnt den wirklich beim wachsen zusehen und ich denke einfach wenn unser kind da ist gibt es uns auch keinen anderen fokus erstmal ja das wird dann definitiv sehr sehr anstrengend werden aber ich habe jetzt auch wie gesagt bis jetzt noch nicht mal und jetzt vielleicht zwei kilo zugenommen in den fast 16 wochen bin jetzt eigentlich echt gut dabei bin ja mit 100 kilo gestartet 99,9 die ärzthelferin war sehr witzig ähm und ich muss sagen ich fühle mich sehr gut ähm ich habe jetzt wirklich massiv zwar gespuckt aber ich bin sehr diszipliniert ich esse sehr viel obst ich esse sehr viel salat ähm ich nehme meine vorsäure tabletten ich nehme gerade die folio 2 ähm aber dazu werde ich auf jeden fall ein video nochmal drehen und vielen vielen dank dank leute für euren ganzen support und für die süßen herzler die ich immer auf den bildern kriege und ich sehe euch ich fühle euch und ich bin immer bei euch aber wenn ihr mich vermisst schreibt mir einfach mal bei instagram weil ich bin momentan auch so viel mit mir beschäftigt das ist glaube ich einfach ganz normal dass ich halt irgendwie sehr viel denke und mache und tue und einfach auch irgendwo mega anstrengend unterwegs bin dass ich einfach auch sehr dankbar bin wenn man mich auch einfach mal anschreibt oder so ich freue mich immer wahnsinnig über euch und auf jeden fall meine lieben wir sehen uns bald wieder und bis dahin gehabt euch wohl und bleibt gesund